So, ich sammle dann gleich noch ein bisschen Holz ein. Mh, Bahnhaltestelle, Kleis, Waggon, Metallrad. Können ja schon mal anfangen, jetzt wird's wahrscheinlich immer an. Moment, so. Erstmal drei Stück. Muss erst hergestellt werden. Kleis, brauchen wir Holz für... Hier auch, okay. Gut, also Silber und Holz werden wir uns erst mal konzentrieren. Wir haben auch gar nichts zu tun gerade, sehe ich das richtig? Erstmal alle noch was, die hohe Hand. Es ist ja gerade wieder dunkel und ich sehe nichts. Also wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Silber hier ein, was soll's. Ich mach jetzt einfach mal hier im Portal hin. Ne, bleib... Achso, deswegen bleiben die zu Hause, ich verstehe. So. Dumm, 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 dumm. Das ist ja super. Kommt da noch ein paar mehr? Die haben gerade alles zu tun, hm? Jetzt kommt der ja nicht in meine Hose. Jetzt mach ich mal hier noch eine Leitung hoch. Kann ich den steuern, bitte? Okay, jetzt geht's weiter. Wunderbar. So, hier haben wir aber auch noch ganz viel. Kannst du gleich mal noch ein bisschen nach links machen, dann können wir das hier noch mitnehmen. Und du buddelst dich hier weiter, dass du das Silber noch mitnehmen kannst. Wunderbar. Die Kohle nimmt auch gleich mit. So, wunderbar. Wartet mal eben. Schön! Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir mal Luxusbetten hergestellt haben. Auf jeden Fall können wir endlich Silberner Helm uns herstellen, was spitze ist. Ich guck mal eben, ist hier eigentlich bei Gold, Goldner Helm dabei? Ja, das ist es, Tatsache. Da kommt jetzt gar nichts mehr so besseres. Also hier kommt noch mit vier Stiefeln, das heißt, ah, hier kommt noch Goldstiefel. Dann würde ich wahrscheinlich hier aus Silber machen und Stiefel mache ich wieder aus Gold. Das ist die beste Idee. Brauchen wir Silberbahnen. Da müssen wir also wirklich erst mal ordentlich Silber sammeln. Und davon haben wir jetzt noch nicht so viel. Das kann man erst mal jetzt weglassen. Also wir sammeln jetzt erst mal. Viel wichtiger wäre mir jetzt noch, dass ich die Tränke voll bekomme. So, Stein und Herd haben wir ja endlich. Das heißt, wir können jetzt Apfelkuchen nicht machen. Wir können das mal Mehl herstellen, genau. Das brauchen wir erst mal. So, so viel wie geht. Guck mal eben, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ne, war es nicht. Okay. Dann haben wir ganz viel Brötchen, dann haben wir das auch gleich voll. Geben wir alle Pennen, die müde sind. Ich würde gerne gleich noch eine Silberbaustelle anfangen. Hier ist noch Silber. Dann nehmen wir das mal noch mit. So, und wisst ihr was? Ich muss auch gleich mal wieder das Gerüst hier wieder reinhauen. Ach, das ist ein so riesen Durcheinander. Das ist aber auch irgendwie immer über zu viel hier, finde ich. Das ist echt dummer. Schwierig, den Überblick zu bewahren. So. Geh mal ein Portal hin. Da ist auch noch ganz viel Silber. Ganz viel. Oh, hier ist ja auch super viel Silber, das sehe ich gerade. Das ist ja spitze. Geh mir noch eine Fackel hin. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ja, die sind hier erst mal noch genug beschäftigt, ne? Hier ein Portal hin. So. Hier ist auch noch Silber. Aber ich muss jetzt erst mal gucken, dass ich die Baustelle fertig bekomme. Und Holz wollte ich ja dann auch noch sammeln. Ich habe wieder alles zugeschneit hier. Und dabei kommt die nächste Welle. Haben wir denn genug an? Wie viel Eisen haben wir denn gerade? Ja, Eisen kann man nicht immer noch gebrauchen, wenn die Eisen fallen. Aber ich mache dann einfach hier Holz fallen. Ich weiß es nicht. Vor allem ist ja wichtig, dass es nicht immer zuschneidet. Das sind FD immer fallen. Aber das geht ja ganz flott hier. So. So, endlich vollstellen will ich großartig. Wahrscheinlich kann ich hier nicht mehr ordentlich ausrüsten. Doch, Stahlspitzhäcke. Cool. Und Stahlachs. Cool. Geht's um erst mal Langbogen. Stahlrüstung. Und Holzhelm. Und Eisenstiefel. Also. So, wie sieht's denn aus? Kann ich jetzt hier Brötchen endlich machen. Ja. Mehl. Aber nicht viele. Aber ein bisschen was bringt's ja schon mal. Wollen wir hier hin? Brauche ich auch Mehl. So eine Kelle. Ja, aber das bringt ja nicht so viel, ne? Ne, das lohnt sich echt nicht so richtig. Apfelkuchen. Ne, ich muss dann einfach weiter Brötchen machen. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten vollkriege. Stein oder Herd vielleicht einfach mal herstellen. Da haben wir auch noch keinen. Also, Steinwahl. So. Und Kohle. Kohle haben wir echt super viel. Das ist super. Stein. Kessel. Und Eisen. Ja, wofür mache ich denn das? Mache ich erstmal hierfür. Oh, wie sind sie hier alle beschäftigt gerade? So, die Türme stehen jetzt auch. Am liebsten hätte ich natürlich noch ein paar mehr, aber erstmal besser als nichts. Hier könnte man halt auch noch so zwei hinstellen oder so. Ah, das ist auch ganz cool, die Reihe. Gefällt mir. Eigentlich könnte man auch hier bis hier die hier hinbauen und hier Eisentüren dann einfach hin. Das wäre auch eine Option. Da bräuchte man kein doofes Portal. Aber da muss ich wie gesagt sowieso jetzt erstmal noch Holz sammeln. Das kann man mal mitnehmen. So, hier unten ist auch noch ganz viel Silber. Das nehmen wir gleich mal mit. Ja. 20 Minuten, dann kommt die nächste Welle. Mal sehen, ob wir dann ein bisschen Silberrüstung herstellen können. Die haben auch noch ein bisschen was. Ich mache mir hier mal noch Portal hin. Langsam wird die Mahne wieder knapp. Also was heißt langsam, aber ein bisschen schon. Das hätte ich auch gerne. Also ich mache mal hier Gerüst. Und ich sehe gerade, fallen die hier Runde? Ne, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ganz da sehen. Die Runde ist auf jeden Fall der erste Boss dann. Aber es sind ja noch einige mehr, also. Aber die sind halt alle so ungefähr auf der Höhe hier. Muss man einfach mal schauen. Oh, sie sind immer noch dabei. Wie sieht es denn aus? Ja, ein bisschen fehlt noch. Kohle. Am liebsten würde ich jetzt ja was anderes mal machen hier. Aber es geht bestimmt wieder nicht. Brot kann man machen. Das müsste ja eigentlich einiges bringen, weil da brauchen wir ja viele seltene Zutaten. Also Eier zum Beispiel auch. Kohle. Na, geht so, ne? Erstmal so hier. Apfölkuchen. Kann ich nicht machen. Zum dritten Mal. Muss ich mehr warten. Unwie gibt es schon voll. Dann können wir endlich Haltrenke machen. Das ist spitze. So gut, ich mache jetzt erstmal Silberwaren hier. Also Silber. So, was haben wir hier? Haben wir schon ein bisschen was hier zusammenbekommen. Kohle. Bam, 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 bam. Also, 22. Da haben wir es dann auch voll, 23 sogar. Und das muss natürlich sowas mal hergestellt werden. Hier kann man auch mal wieder ein bisschen ausbessern. So hier. Hier ist schon. Dum, dum, dum. Ah, die haben echt gerade ein bisschen viel auf hier auf einmal. Es wird echt auch Zeit, dass wir die ebenst mal wieder beschwören können. Ich glaube, das können wir noch gar nicht. Oder? Ne, hier kommt das dann. Sammeln den Heiltrinken. Okay. So, aber die sind fleißig dabei. So ein Eisenfallen wollte ich eigentlich auch noch machen. Aber es ist halt echt krass, ey. Man nimmt sich mal irgendwas vor und dann kommen wir irgendwas dazwischen und so. Am liebsten würde man ja immer alles auf einmal machen. Und das funktioniert halt nicht. Ist auch übelst das Loch. Ich muss mir mal echt ein Zwerg hier in der Nähe schnappen irgendwie. Ich mache jetzt mal hier ein Portal hin. Dann machen wir es in den Schacht mal ordentlich erst mal. Wir haben ja sowieso nur übelst viel zu tun. Ein bisschen langsamer. Ich nehme jetzt einfach mal den. Oh nee. Dann gehen wir wieder durch. Wunderbar. Und jetzt Erde. Machen wir das erstmal zu. Dann machen wir jetzt hier erstmal einen ordentlichen Wienenschacht. Nein! Komm, das kriegst du hin. So. Das ist dann links. Okay, wir haben weitergehen. So, dann hier lang. Machen wir jetzt gleich die Kohle. Oh, die wollte ich eigentlich auch gleich mitnehmen. Aber nee, wir machen den Schacht jetzt erstmal. Ja. Mh. Er hätte hier hin. Ich habe das schon gerne gerade eigentlich. Aber wir müssen schneller. Ja. Sehr gut, dann mal gleich noch ein bisschen Wasser hier rumliegen. Wow, da geht es sogar denen, wo da noch ein Stein im Wege ist. So, Fackeln wären super. Bam. So, Wasser gibt mir hier einiges zusammen. Hier sind noch Tropfsteinhöhlen. Guckt mal. Ah, cool. Muss eigentlich immer wieder Neues Wasser in Schönerintheorie. Na komm. Dann hier auch noch eine Fackel hin. Dann wieder Erde. Weg mit dem. Hey, es ist halt nicht so super spannend. Aber so gibt mir wenigstens einen Schachter mal vielleicht endlich zu Ende hier. So. Eisen nehmen wir auch gleich mit. Kann ich das auch so hier machen? Macht das jetzt automatisch? Ist es nicht. Nee, muss ich so machen. Okay. Dann angegriffen. 13 Minuten, dann kommt schon wieder die nächste Welle. Das gibt es doch gar nicht. Hä, ist einer gestorben? Leben niedrig. Aber ich denke gerade, steuere ich es nicht mit mir. Ah, cool. Wir sind wieder zu 10. Das ist ja spitze. Aber ich steuere halt gerade den jetzt hier. Habe ich mich jetzt ja nicht darauf konzentriert. Oh nein, ich wollte ihn eigentlich gar nicht befreien. So. Ich will jetzt den Schacht noch zu Ende machen. Ich ziehe das jetzt hier einfach stumpf durch. Ist mir jetzt egal. Wie weit ist denn das noch? Oh nee, wir sind doch schon fast am Ende. Cool. So. Oh, hier ist noch ganz viel Eisen. Das Leben... Scheiße, also die verrecken mir hier irgendwo immer. Ach, was dummes. Das sind auch schon wie weit Bäume. Mag ich eigentlich gar nicht. Was wollt ihr denn ständig da? Machst du mal nach Hause bitte? Der macht gar nichts. Aber ich pack da auch rum. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Also den Schnee würde ich noch gerne mal bitte weg haben. Ich hätte wenigstens gerne ein paar Fallen gebaut. Aber da fehlt es mir jetzt ja wahrscheinlich wieder an Eisen. Ein paar kann ich machen. Art Stück. Also Zähne hier. Sind die noch drinnen? Nee, leider nicht. Doch hier. Okay. Aber wir haben ja so genommen ein paar. Mal spitze. So, 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 so. Wir laufen jetzt ja eh nicht. Das ist ja das Problem. Ich muss ja hier noch alles weg machen. Ich bin echt geneigt, die jetzt mal wegzuhauen. Das nervt auch ein bisschen. Wie hier. So, kann ich hier auch noch irgendwelche hinsetzen? Ja, tatsache. So, so. Irgendwie gucken die in die falsche Richtung. Ich hoffe, dass sie sich umdrehen können. Ich gehe mal davon aus. So, Portal. Ah, cool. Haben sie jetzt auch voll. Wunderbar. So, ich hätte das ja gerne mal noch weg hier. Was sind, ob sie das auch noch machen? Oder wisst du was? Ich lege die mal alle pennen. Nimm mal einen Schuss, machen wir die mal hier platt. Nein, das nervt mich echt ein bisschen, auch wenn sie niedlich sind. Aber die hauen wir jetzt mal um. Aber ich denke, die nächste Wende schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich kann ja sogar schon mal anfangen. So, woher Helm? Ich wollte doch Helme herstellen, ne? Ja, Helm und Torso wollte ich machen. Ich mache es mal Torso. So. Und Stahl. Was ich dann immer wieder machen? Kohle. Da brauchen wir ja wieder Eisen. So, vier Stück haben wir schon mal. Ich mache schon mal ein bisschen Stahl wieder. Kohle. Wir brauchen mehr Eisen. Also. Aber das gehen wir schon irgendwie zusammen. Ich haue die mal drauf. Sollen wir wieder so schießen? Das ist so bescheuert. Ganz ehrlich. Ich kriege die auch nicht wieder, die Türme. Nervig. Traut mir hier bitte noch welche hin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier schon wieder zusammengebaut habe. Das ist noch weg. Das ist auch noch weg. Ich will nur nicht, dass sie dann hier oben lang gehen und hier runterspringen. Dann würden die ja ein paar Fallen überspringen. Das wäre doof. Jetzt stehe ich schon wieder hier oben. Ich weiß nicht, ist der Bucky? Der ist Bucky. So wie es aussieht, den kann ich nicht mehr anklicken. Geh mal bitte nach Hause. So. Danke. Und alle bitte mal schlafen gehen. Wenn wir 70 sind, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Das lässt sich dann Kohle herstellen. Das steht da auch super, der Bock. Ja, aber die Welle überstehen wir schon. Denke ich. Und der nächste Schacht, den wir machen, da werden wir wahrscheinlich noch weitestgehend alle Geheimräume finden. Denke ich zumindest. Hier müssen wir dann ordentlich arbeiten. Möchte ich ein Portal mal hin? Ich glaube, warum nicht? So. Mal sehen, ob sich irgendeiner drum kümmert. Das lassen wir erst mal. So gut, einen haben wir wieder. Ich gucke mal eben, ob ich denen schon mal was geben kann hier. Hm, Stahl-Axt. Das ist ganz gut, weil die sammeln das echt immer wieder ein. Und dann das Zeug. Stahl-Spitzhacke. So, Silberrüstung. So schwirr mal. Ich gebe dir erst mal eine Stahlrüstung. Und ich kann auch mal die Sachen dann wieder ein bisschen auseinanderbauen, was ich hier über habe. Das ist mittlerweile auch einiges. Ich soll dann vielleicht so erstmal Helme machen. Guck mal, ich kann die Stahlhelm herstellen. Ja, aber dann mache ich das jetzt lieber mit Silber, oder? Klar. Fühlt mir eigentlich besser. So. Hm, Eisenerz. Na, super. Na, besser als nix. Und wir können auch schon Silberschwert herstellen, sich grad stimmt. Fangen wir ein wenigstens schon mal an damit. Hm, Silberpfeil, Makierstab. Ja, ist ja auch ne Idee. Silberaxt, zum Beispiel zack. Ja, das sollte ich dann auf jeden Fall auch nochmal machen. Wir müssen dann echt ein ordentlicher mal Eisen und Silber fahren. Kohle haben wir ja erstmal. Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020